Hallo Freunde und herzlich willkommen heute am Sonntagabend zur Verlosung von diesen coolen beiden kleinen Necknois. Ihr habt ja brutal mitgemacht. Über 1300 Aufrufe und ich glaube wir haben über 360 Kommentare. Aber ich nehme euch jetzt mit rum und dann schauen wir uns das hier mal live an. Ja da bin ich, sehr gut. Okay wir nehmen mal den Kommentar raus. Ich probiere hier mal ein neues Programm. So einen neuen Generator. Wir lassen mal alle Kommentare auszählen. Wow, jetzt legt er aber los. 319 gültige abgegebene Kommentare und wir rufen den ersten Gewinner auf und das ist NiklasDragonator. Herzlichen Glückwunsch. Ich kommentiere dich. Ich kontaktiere dich. Jawohl, dann haben wir mal hier auf. Dann laden wir noch mal alle Kommentare ein um den zweiten Gewinner zu wählen denn diesmal haben wir zwei von diesen Neckknifes. Jawohl. Und das zweite Neckknife geht an Sucellus. Jawohl, herzlichen Glückwunsch. Ich schreibe euch beide an und dann bekommt ihr so schnell wie nur eben möglich von mir per Post diese kleinen Neckknifes zugeschickt. An alle anderen sage ich, ja schade kann nicht jeder gewinnen, aber wer meinen Kanal kennt weiß, dass es hier immer wieder mal was zu gewinnen gibt und also bleibt dran. Abonnieren nicht vergessen, ne. Daumen hoch für euch. Vielleicht lasst ihr mir auch einen da und wir sehen uns hier mit Sicherheit bald wieder zu einem neuen Video. Und demnächst genau gibt es die Chevalty Versteigerung der Fatten Olight X7 Rotor Kit. Also für alle Taschenlampenfans da schon mal aufpassen. Am Ball bleiben. Das Ding kommt bald und ja, das ist mit Sicherheit eine interessante Lampe für den ein oder anderen Lampenfreak von euch. Also, wie gesagt schon mal Danke. Ciao. Bis zum nächsten Mal hier auf dem Kanal. Bye, bye. Macht's gut.